Leverkusen gegen Leipzig am ersten Bundesliga-Spieltag. Hier kommen die besten Wetttipps und Quotenboosts dazu. Das ist ja mal ein richtig interessantes Topspiegler am ersten Spieltag. Um 15.30 Uhr spielt Leverkusen gegen Leipzig. Und beide haben ja die Generalprobe ganz gut gemeistert. Leverkusen mit einem 8-0 im Pokal gegen Teutonio Hamburg. Kann man mal machen. Aber Leipzig 3-0 gegen Bayern, das war ein richtiges Ausrufezeichen. Sodass jetzt sogar manche von der Meisterschaft schon sprechen. Aber dazu muss man erst noch 34 weitere Spiele absolvieren. Und das wäre schon mal der erste Schritt gegen Leverkusen. Und das ist ein richtig schwerer. Denn Leverkusen hat im April erst das letzte Aufeinandertreffen. Zu Hause gegen Leipzig mit 2-0 gewonnen. Wird es eine Wiederholung geben. Leverkusen hat sich ja stark verstärkt. Einem Abgang von Diaby zu ersten Villa stehen drei richtige Hochkaräter gegenüber. Mit Granit Xhaka, Jonas Hofmann und Viktor Boniface, der von Steffen Baumgart als richtig heißer Transfer bezeichnet wurde. Er hätte lieber die 100 Millionen für Kane gespart. Und nur 20 dafür in Boniface investiert, sagt Steffen Baumgart, Trainer von Köln. Wir dürfen gespannt sein, ob dieser Boniface dann auch wirklich so einschlägt. Auf der anderen Seite hat Leipzig natürlich einiges an Qualität verloren. Aber es hat sie gegen Bayern zumindest nicht großartig gestört. Immerhin haben sie auch einen absoluten interessanten neuen Spieler mit Xavi Simons. Und da kommen wir gleich zum ersten Quotenboost. Bei Bet365 bietet der Wettanbieter eine 8,5er-Quote. Wenn der erste Torschütze in diesem Spiel Xavi Simons heißt. Das gibt eine 8,5er-Quote. Und zudem muss man sagen, dass der in der vergangenen Saison für PSG in Frankreich lediglich elf Spiele gemacht hat. Nach nur einem Jahr bei PSG für 40 Millionen wieder weitertransferiert wurde zu Leipzig. Zwei Jahre zuvor hat er bei PSW Eindhoven in Holland gespielt. Und dort 19 Tore geschossen. Wenn er diese Form zeigen darf und mehr Spielpraxis bekommt bei Leipzig, dann ist das doch durchaus eine interessante Personalie und auch eine interessante Wette. Oder wie siehst du das? Allgemein das Ergebnis 2-1 auf Leverkusen, da würde ich die Finger davon lassen. Es ist der erste Spieltag. Die Wettanbieter sind sich hier auch nicht sicher. Deswegen ist das eine ausgeglichene Wettangelegenheit, bei der man in jede Richtung eigentlich nicht viel falsch machen kann. Wenn du denkst, Leverkusen gewinnt, dann kommentiere mit einer 1. Wenn du denkst, das ist eine X, dann kommentiere mit einer X. Und wenn du denkst, Leipzig gewinnt, dann kommentiere mit einer 2. Ich tendiere leicht zu Leipzig, weil die einfach eine höhere Quote haben. Und nach dem Sieg gegen Bayern natürlich jetzt auch das Momentum auf ihrer Seite haben. Aber darauf gibt es bei Neobet den Quotenboost, wenn beide treffen und Leipzig gewinnt, gibt es eine Quote von 5,3 verbessert. Das ist ein interessanter Quotenboost bei Neobet. Darauf würde ich setzen. Und bei Bet365, wenn du der Meinung bist, dass Simons als erster Torschütze trifft, dann gibt es eine 8,5. Also schreib es in die Kommentare, was du denkst. Und wenn du diesen Quotenboost bei Neobet mitnehmen willst und einen guten Bonus, dann klicke auf den Link unten in der Videobeschreibung. Sichere dir den Neobet Starterbonus über den Link in der Videobeschreibung. Und wenn du den Link in der Videobeschreibung hast,